Mein Name ist Clemens Neuhold. Ich bin Journalist und Wahltaxler für Profil. Vor der Bundespräsidentenwahl frage ich meine Fahrgäste, wenn sie wählen. Was erwarten Sie sich von Hobo? Da würden wir vielleicht einmal die Merkel zum Nordrhein-Bad kriegen. Ich wähle die Chris, aber nicht, weil sie eine Frau ist. Der Hofer hat ja viele Jüngerens als die anderen. Ich wähle den Van der Bellen. Aha. Da fehlt der Biss. Und, haben Sie schon eine Entscheidung getroffen?